Blicken wir noch auf ein anderes Thema. Zur Stunde treffen sich der türkische Präsident Erdogan und der russische Präsident Vladimir Putin in Sochi. Es geht um eine mögliche Neuauflage des Getreideabkommens, die Getreideexporte über das Schwarze Meer. Und Putin blockiert da ja. Welche Druckmittel hat vielleicht aber die Türkei, der türkische Präsident Erdogan da in der Hand? Gibt es überhaupt Druckmittel, um Putin zum Einlenken zu bewegen? Druckmittel militärisch, politisch, wenn ich nachdenke, schwierig. Aber humanitär, ganz entscheidend. Mehrfach betont, den Hunger als Waffe zu benutzen, ist ein Verbrechen. Und da besteht die Möglichkeit, Druck zu machen und den Putin am Schlappettchen zu packen und zu sagen, ey, dein Ruf ist sowieso schon bis in alle Ewigkeiten, aber grundsätzlich zerstört. Aber dies setzt dem Fass nun auch die Krone auf. Und wir müssen hier zu einer Lösung kommen, um dieses Verbrechen, den Hunger als Waffe zu benutzen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wie sieht ihr jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020